Wir besprechen das Fachgebiet Psycho-Neuro-Immunologie zusammen mit meinem Gast, Professor Hockertz. Er ist Immunologe, Toxikologe, Pharmakologe und hat sich speziell mit dieser neuen Wissenschaft befasst. Wir sind jetzt im Bereich der Immunologie, dem dritten Teil. Und hier meine erste Frage, Stefan. Das I steht ja für Immunsystem. Wenn Babys auf die Welt kommen, die haben ja schon ein Immunsystem, ein sogenannt angeborenes Immunsystem. Was fehlt denen noch? Denen fehlt, was ihnen als Baby grundsätzlich fehlt, Erfahrung, Lernerfahrung. Das heisst, wir unterscheiden das Immunsystem tatsächlich in einem angeborenes und erworbenes Immunsystem. Und das angeborene Immunsystem kann schon eine ganze Menge, du hast gerade die Babys angesprochen, und es ist tatsächlich so, dass schon im Mutterleib das Kind, das werdende Kind, Immuninformationen, Antikörper von der Mutter empfängt und sie verarbeiten kann. Letztendlich das Immunsystem selbst ist ein unglaublich komplexes System. Also wenn wir versuchen würden, das jetzt in Extenso zu erklären, erstens würden uns unsere Zuhörer ziemlich schnell verlassen und zweitens würde das sämtliche Sendezeit sprengen. Deshalb wirklich mal ganz grob umschrieben, es gibt das zelluläre Immunsystem und es gibt das Humorale oder das flüssige Immunsystem. Das zelluläre Immunsystem, bekannt Makrophagen, also die großen Fresszellen zum Beispiel, in der Lage ist, alles unspezifisch aufzunehmen, Granulozyten, Thrombozyten, wer auch immer dazu gehört. Dann natürlich die T- und die B-Zellen, also T-Lymphozyten, die dafür verantwortlich sind, zum Beispiel virale Infektionen, spezielle virale Infektionen zu bekämpfen, sogenannte zytotoxische T-Zellen, in der letzten Zeit ja sehr im Begriff gewesen bei einer gewissen Infektion und B-Zellen, die in der Lage sind, Antikörper herzustellen. Antikörper, das sind diese Y-Zilon-Moleküle, die in der Lage sind, Fremdes zu erkennen und die gehören dann schon zum Humoralen, also zum flüssigen Immunsystem wie Komplement, wie die ganzen Botenstoffe, die dazu gehören, Zytokine, Monokine, Substanzen, also das Wort Kine ist eine Bewegung drin, die hat die Bewegung im Immunsystem etwas stärken oder auch hemmen es, beides ist notwendig. Und das vielleicht mal ganz grob zusammengefasst, was das Immunsystem ist, es ist über den ganzen Körper verteilt, aber eine Besonderheit ist, das ist, glaube ich, auch wichtig zu wissen, dass das Immunsystem zum Beispiel der Atemwege, welches zum Beispiel Atemwegsviren aufhalten soll, schon etwas anderes ist als das Immunsystem in der Leber oder das Immunsystem auf der Haut oder das Immunsystem in der Lunge. Es ist anders zusammengesetzt, es hat andere Trigger, es hat andere Substanzen, mit denen es arbeitet und deshalb müssen wir schon, obwohl es über den ganzen Körper als Makrosystem verteilt ist, auch immer wieder im Einzelnen schauen, welchen Teil des Immunsystems möchten wir jetzt beeinflussen. Die Aufgabe des Immunsystems ist ja primär die Infektionsabwehr, oder? Hat das noch andere? Nicht generell. Also die Aufgabe des Immunsystems ist alles das, was fremd ist. Also wir nennen es Xenobiotika. All das, was nicht in unseren Körper gehört, hinaus zu schaffen, manchmal richtig händisch. Also wie mit einer Schaufel sozusagen daher zu gehen. Da gibt es das Beispiel der Schädlichkeit von Asbest. Asbest selbst ist eine völlig innerte Substanz, die würde uns nicht schaden, aber die Asbestfasern sind so groß, dass der Makrophage, der das frisst, quasi aufgespießt wird, der kann das nicht zerstören. Ruß gehört ebenso dazu, der wird das nie wieder los, weil er es nicht verdauern kann. Das heißt, auch solche Giftstoffe werden vom Immunsystem erkannt und nach außen transportiert. Und die zweite große Aufgabe, wie du richtig sagst, Infektabwehr, Bakterien, Pilze, Viren hauptsächlich, die als fremd erkannt werden und dann abgetötet werden bzw. beim Virus, die virusinfizierte Zelle wird zerstört. Warum kann es denn geschehen, dass man trotzdem an einer Infektion stirbt? Kann das Immunsystem wie überfordert sein? Ja, die Überforderung eines Immunsystems kann auf zwei Wegen passieren. Und meine Studenten haben früher immer geglaubt, dass wenn ich ein Antibiotikum gebe oder ein Virustaticum, also eine Substanz, die Viren zerstören kann, dass die dazu führen, dass die Menschen gesunden sind. Das ist falsch. Es gibt einen minimalen, kleinen, zeitlichen Vorsprung für das Immunsystem. Wenn ich einen Teil der Virenlast oder einen Teil der bakteriellen Last zerstöre, dann bekommt das Immunsystem einen leichten Vorsprung. Wenn ich diesen leichten Vorsprung nie schaffe, dann ist das Immunsystem so hoffnungslos überfordert oder wenn es mit anderen Dingen ständig beschäftigt ist. Eine Situation, die wir heute durch Umweltgifte, aber auch durch ärztliche Maßnahmen verstärkt sehen, leider sehen, eine ständige Überforderung des Immunsystems kann dazu führen, dass ich an einer Erkrankung, die einfach schnell dann verläubt, auch versterbe. Wenn ich zurückdenke an mein Studium, das ist auch schon ein paar Jahrzehnte her, wir haben primär eben die Zellen kennengelernt und dann noch die Antikörperbildung. Aber wenn ich heute über das Immunsystem lese, da ist die Rede von Zytokinen, von Interleukinen usw., da bin ich zum Teil überfordert. Findet man immer wieder Neues heraus? Wobei, das macht es ja nur noch komplizierter. Also für mich ist es schon bald unmöglich, noch zu verstehen, wie das funktioniert. Wie geht es dir als Spezialist? Immunologe zu sein, ist ständig zu lernen. Also wirklich sich in der Literatur und in dem Wissen aufrechtzuerhalten. Ja, das ist richtig. Wenn ich mir immunologische Lehrbücher anschaue von vor 20 Jahren, dann sage ich, okay, da haben wir vieles geniegt gewusst. Das ist wohl wahr. Aber es lässt sich runterbrechen. Also ich versuche es auch, den Menschen immer zu versuchen, wenn wir jetzt über die Regelkreise anfangen zu sprechen, was ist fördernd, was ist hemmend, dann verwirren wir schnell. Ich glaube, dass wir es runterbrechen können, immer wieder ganz einfach, auf das Spiel Räuber und Gendarm. Das heißt, der Räuber ist das alles, was von außen kommt. Zum Beispiel eine Viruserkrankung, ein Virus, was Zellen befällt. Und der Gendarme ist der Polizist. Das ist das Immunsystem. Und so können wir vieles erklären. Zum Beispiel, was man da sehr gut verstehen kann. Wir sprechen häufig, es ist notwendig, das Immunsystem zu aktivieren. Bedeutet in diesem Bild, ich muss den Polizisten ausrüsten, eventuell mit besonderen Waffen oder überhaupt erstmal beibringen, wie er schießt. Das ist gut und richtig, denn so kann er den Räuber, also die bakterielle oder virale Infektion, beherrschen und letztendlich zurückdrängen. Wenn ich jetzt aber dem Polizisten immer wieder die Waffe in die Hand gebe, wenn ich sage, du musst mit dieser Waffe ständig auch gezückt hinterherlaufen, dann kann es schnell passieren, dass er sich selbst ins Bein schießt oder noch schlimmer, dass er einem Kollegen eine Kugel verpasst. Das nennen wir dann Autoimmunität. Das heißt, wenn das Immunsystem zu stark gefördert wird, nicht nur leicht moduliert, sondern hoch aktiviert, dann gibt es Mechanismen, die dann entstehen können, dass das Immunsystem uns selbst angreift. Das ist nämlich hochpotent, das kann es. Und das birgt eine ganz besonders hohe Gefahr. Und deshalb ist es so wichtig, dieses Regelspiel zu verstehen. Aber eben, ich bin zwar Arzt und weiss um die Wichtigkeit des Immunsystems, aber ich verstehe dieses Regelspiel eben auch nicht so, im Detail. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man Augenmaß behält. Aber nehmen wir gerade diese Interleukine, ich weiss nicht, wie viele es davon heute schon gibt, oder? 70 oder mehr. Und die einen sind immunfördernd, die anderen hemmend. Spielt das für mich als Arzt eine Rolle? Im täglichen Leben nicht. Ich glaube, dass das Grundverständnis eine Rolle spielt. Dass der Ruf nach der Stärkung des Immunsystems nicht unbedingt gut sein muss. Dass es zum Beispiel dazu führen kann, dass ich dadurch ein autoimmunes Phänomen hervorrufe. Dass ich einen Menschen, der völlig gesund ist, jetzt nicht zwingend immunaktivierende Substanzen geben muss. Dass eine Impfung oder eine vorsorgliche Stärkung des Immunsystems nicht unbedingt immer auch nur gut sein muss. Sondern dass ich dadurch auch Effekte hervorrufen kann, die negativ sind. Also dieses Augenmaß. Das ist das, was ich von einem Arzt mir wünsche. Dass er die ganzen Regelkreise auswendig kennt. Nein. Das ist zu viel verlangt. Ja, das übersteigt auch mein Gehirn. Aber darf ich jetzt ganz ehrlich fragen? Du kennst jede dieser Substanzen. Du weisst jedes Interleukin, was es genau macht. Wie mein Lehrer immer so schön gesagt hat, ich kenne Bücher, in denen es steht. Aber dadurch, dass man sich natürlich mit vielen dieser Substanzen beschäftigt hat und einen Schwerpunkt zum Beispiel gelegt hat auf Allergologie, da wissen wir, dass Interleukin 4 und Interleukin 10 eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das IL-2, das Interleukin 2, ist eines der ganz frühen, sind ja durchnummeriert worden, jetzt bis weit in den 20er, 30er Bereich hinein. Welche Interaktion oder dass das fördernd wirkt, auch die T-Zellentwicklung zum Beispiel. Das sind immer wieder Dinge, aber ich lese regelmäßig die Literatur, die Fachliteratur dazu. Aber im täglichen Leben eines Arztes ist es nicht relevant. Da ist eher diesen Verstand mitbringen, dass das kein Plus-Minus-Geschehen ist, sondern dass ich eine Ausgewogenheit benötige. Jetzt gibt es diesen Begriff Zytokinsturm. Da soll er sehr gefährlich sein. Ja. Was muss ich mir darunter vorstellen? Das ist eigentlich das, was ich gerade versucht habe zu erklären. Das ist eine komplette Aktivierung des Immunsystems über das Maß hinaus. Über dieses, was wir Ausgewogen nennen. Aber wird der dann ärztlich ausgelöst, wenn ich zu viel mache? Er kann. Oder kann der auch durch Erreger ausgelöst werden? Er kann durch Erreger ausgelöst werden. Er kann aber, und das ist die Erfahrung, die wir am meisten gesammelt haben, durch pharmazeutische Substanzen ausgelöst werden. Die eben zum Beispiel versuchen, das Immunsystem generell zu aktivieren. Lass mich das vergleichen vielleicht mit dem Meer. Das Meer, wenn es allgemaßen ruhig liegt, dann ist das ein Immunsystem, das funktioniert. Es ist ausgeglichen. Ich habe hier und da eine Welle, aber dort und dort auch einen ganz ruhigen Bereich, wo nicht viel passiert. Und der Zytokinsturm wäre im wahresten Sinne des Wortes der Sturm. Sehr hohe Wellen, die dann zerstörend wirken, wenn sie an Land kommen. Das heißt, wenn sie in die Situation kommen, zu wirken, dann gibt das eine sehr, sehr hohe Kraft. Und der Zytokinsturm zum Beispiel führt zu einer generellen, unkontrollierten Aktivierung des Immunsystems und zu einer Eigenverdauung. Und das ist dann zumeist auch tödlich. Jetzt noch die Frage, wo entsteht das Immunsystem? Ich kann mich noch erinnern, auch in meinem Studium, da hat man vor allem das Knochenmark, war ein entscheidendes Organ, und dann noch das Lymphsystem, die Lymphknoten, die Milz, wo Lymphozyten hergestellt werden. Heute ist man der Meinung, dass 70% des Immunsystems ja auch mit dem Darm zu tun haben. Aber kannst du das erklären, warum? Was hat der Darm mit dem Immunsystem zu tun? Wir haben den grössten, neben der Lunge natürlich, den grössten Bereich, in dem wir mit Fremdsubstanzen in Berührung kommen, ist der Darm. Das Immunsystem, das hast du richtig beschrieben, entsteht hauptsächlich im Knochenmark. Da sind die Stammzellen, die entsprechend differenzieren. Was aber ganz wichtig ist, wir müssen Entstehung und Entstehung unterscheiden. Auf der einen Seite haben wir das Entstehen des Rohmaterials. Das Rohmaterial wäre eine T-Zelle, eine B-Zelle, ein Makrophage und wie auch immer. Die müssen aber geprägt werden. Sie müssen ja lernen, wozu sie da sind. Und eines dieser Lernorte, weniger der Produktionsort, aber eines dieser Lernorte ist natürlich der Darm, wo wir mit ganz vielen fremden Substanzen zusammenkommen. Und Lernen bedeutet ja nicht nur, etwas als fremd zu erkennen. Das ist die eine Form des Lernens. Ganz wichtig ist aber auch, Fremdes so einzuordnen, kann es mir schaden oder nutzt es mir. Es gibt ja viele Fremdstoffe, die wir nutzen. All das, was wir mit der Nahrung aufnehmen, ist fremd für uns. Wenn du ein Steak isst, dann nimmst du ganz, ganz viel Proteine des Rindes auf und die sind im Grunde für dich fremd, für das Immunsystem. Jetzt muss ich dem Immunsystem mal mitteilen, das ist wichtig für uns. Es wirkt Grundstoffe, die uns am Leben erhalten. Also lass das mal schön in Ruhe, das wird nicht immunologisch erkannt. Deshalb Lernen des Immunsystems, das findet im Darm statt, sehr viel, in Peier'schen Plags. Es ist aber ganz wichtig, eben nicht nur fremd zu erkennen, also das, was wir in meinem Kopf haben, abwehren, sondern auch respektieren, Toleranz zu zeigen. Das ist genauso wichtig im Lernen. Ich glaube, wir müssen uns auch noch unterhalten und das vielleicht in einem zweiten Teil, wie man dieses Immunsystem stärken kann und beeinflussen kann. Das interessiert wahrscheinlich die Zuhörer auch noch ziemlich stark. Vielleicht sollten wir uns auch noch darüber unterhalten, dass es ganz viele verschiedene Immunantworten gibt. Es ist nicht eine Immunantwort, eines Immunsystems, sondern vielerlei Antworten, wo wir in der Evolution wunderbar gelernt haben, über Jahrmillionen, mit den Anforderungen des Alltags, zum Beispiel Virusinfektion, umgehen zu haben. Gut, das Thema vom nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020